Richard Lugner ist im Alter von 91 Jahren verstorben, nur sechs Tage vor seinem Tod zeigte sich der Bauunternehmer noch in einem öffentlichen Video. Richard Lugner, hier zeigte er sich zuletzt öffentlich. Fans und Follower trauern, Richard Lugner 91, ist tot. Dies berichteten heute Morgen die österreichischen Medien. Der Bauunternehmer soll in seinem Zuhause gestorben sein, nachdem noch versucht worden sei, ihn zu reanimieren. Erst im Juli musste wurde der 91-Jährige am Herzen operiert und wurde erst vergangenes Wochenende aus dem Krankenhaus entlassen. Nur sechs Tage vor seinem Tod postete seine Ehefrau Simone Bienchenreilende ein Video mit Richard Lugner. Zu sehen war der 91-Jährige, wie er in einem Einkaufszentrum Werbung für ein Pair-Eising-Studio machte, dabei stützte sich Richard Lugner auf Krücken. Kurz vor seinem Tod, Richard Lugner wird aus Krankenhaus entlassen. Nur kurze Zeit später musste Richard Lugner erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er erklärte, ich habe schlimme Schmerzen, bekomme viele Mittel. Seine Ehefrau Simone Bienchenreilender, 42, betonte nach seiner Entlassung am vergangenen Wochenende. Mit der Infusion ging es ihm gleich wieder erheblich besser. Die Untersuchungen haben ergeben, dass er tiptop in Form ist. Richard Lugner bereitete sein Begräbnis vor. Seine Ehefrau Simone hatte Richard Lugner erst im Juni diesen Jahres in Wien geheiratet. Damit war Simone seine sechst- und letzte Ehefrau. Zu seinem Geburtstag am 11. Oktober hatte sich Richard Lugner eigentlich vorgenommen, wieder fit sein. Obwohl der Tod für seine Angehörigen wohl ziemlich plötzlich kam, schien der Baulöwe bereits zu Lebzeiten einige Vorbereitungen getroffen zu haben, wie er in seinem letzten Interview mit Conny Bischofberger verriet. Er offenbarte, ich wollte alles geregelt haben. Meine Erben sollen wissen, was einmal zu tun ist. Ich habe auch schon meinen Grabstein bestellt.